Das Viersterne Labranda Kiotari Bay. Machen Sie sich bereit für unvergessliche Urlaubsmomente auf Rodos. Im Osten der Insel heißt sie das Kiotari Bay als Teil eines weitläufigen Hotelkomplexes herzlich willkommen. Liebevoll eingebettet liegt der Süßwasserpool in der schönen Gartenanlage. Gemütliche Doppelzimmer zum Teil mit Meerblick sowie ein umfassendes gastronomisches Angebot lassen Ihren Urlaub zu einem wahren Vergnügen werden. Die Restaurants bieten Ihnen Buffets und à la carte Genüsse. Und dazwischen vielleicht einen leckeren Cocktail an der Strandbar? Freuen Sie sich auf unvergessliche Urlaubsmomente im Viersterne Labranda Kiotari Bay.